Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die ökonomische Analyse des Rechts bei den Institutionen der ökonomischen Grundlagen oder auch R1. Heute gibt es relativ viel Organisatorisches vorab, deswegen mache ich heute auch bewusst zwei verschiedene Videos, damit Sie das Erste überspringen können, falls Sie in der reinen Klausurvorbereitung drinstecken. Ich möchte gerne hier an der Stelle nochmal den Plan für das verbleibende Semester Ihnen zeigen, weil es relativ wichtig ist. So, was haben wir denn hier? Wie ich schon am Dienstag gesagt habe, wir sind vom Stoff her fast durch. Heute machen wir das Kurs hierherum fertig, und zwar mit der Anwendung auf Umweltrecht. Nächste Woche zur zweiten Sitzung, zur reinen Online-Vorlesung, machen wir das Thema Enteignungen und dann sind wir vom Inhalt der Vorlesung schon durch. Das heißt, dass wir relativ viel Puffer haben zur Klausurvorbereitung, zur Wiederholung und so weiter. Und deswegen haben wir auch noch genug Zeit für dieses Online-Experiment, das wir kommenden Dienstag machen werden. Dienstag und zwar nicht im Hörsaal, sondern ich werde das Experiment von zu Hause aus durchführen und Sie können sein, wo Sie wollen, aber Sie brauchen auf jeden Fall ein internetfähiges Gerät. Am besten einen richtigen Computer, also einen PC oder Laptop. Entweder in der Uni irgendwo Ihren Laptop mitnehmen oder in den PC-Pool setzen. Ich weiß nicht, ob die Seite, die ich benutze, ob die auch Tablets unterstützt. Probieren Sie es am besten einfach vorher aus. Ich werde ein Probeexperiment einrichten, das die ganze Zeit online ist und da können Sie es dann ausprobieren. Aber, okay, das Wichtige, diesen kommenden Dienstag machen wir das Online-Experiment. Was die Beteiligung angeht, ich erwarte, dass alle teilnehmen, denn alle haben per Definition Dienstag von 12 bis 13.30 Uhr auch Zeit und die Daten, die dabei rauskommen, die werden wir zusammen interpretieren und oder auch in der Klausur interpretieren. Und je aussagekräftiger die Daten sind, desto leichter ist es natürlich für Sie, potenziell in der Klausur diese zu interpretieren. Ich denke, das sollte genug Anreiz für Sie sein, an dem Experiment schon teilzunehmen. Falls das noch nicht ganz reicht, habe ich in jedem der drei Spiele noch einen kleinen monetären Anreiz eingebaut, damit Sie einigermaßen rational spielen. In der Woche drauf machen wir dienstags im Hörsaal die Besprechung der Ergebnisse des Experiments und ich zeige Ihnen, wie die Oberfläche der E-Klausur aussieht und wahrscheinlich haben Sie dann noch diverse Fragen, was die E-Klausur angeht. Ich hoffe, Sie haben inzwischen alle zehn Fingertippen oder von mir aus, also es muss nicht unbedingt zehn Fingertippen sein, aber blind schreiben gelernt. Das wird sehr hilfreich sein für die Klausur. Und ab da machen wir noch Wiederholungen. Ich habe bis jetzt drei oder vier Wünsche oder drei oder vier Abgaben in der Wiederholungsumfrage. Sie können gerne noch mehr stellen. Wir haben ausreichend Zeit, Ihre Wiederholungswünsche noch mal zu besprechen in der Vorlesung. Und dann jetzt zu den Experimenten an sich. Let's Play ist das Motto der Sitzung und zwar geht es um Spieltheorie, das heißt, wir werden Spiele spielen. Warum Spieltheorie? Ich denke, das haben Sie jetzt während der Vorlesung schon gemerkt, ist ein wichtiges Analyseinstrument in der Rechtsökonomik. Wir benutzen das immer wieder, gerade das Konzept des Nash-Gleichgewichts ist sehr wichtig gewesen für uns, um Vorhersagen über Verhalten zu treffen. Aber genau, wenn Sie gebeten werden, das auf echte Sachverhalte anzuwenden, diese Erkenntnisse, fragen Sie sich vielleicht manchmal, verhalten sich Menschen denn wirklich so rational, wie wir es in diesen Modellen annehmen? Und das kann man eben überprüfen über experimentelle Forschung. Und typischerweise geht man so vor, dass man ein Computerlabor hat, einen großen PC-Pool und da die Testsubjekte, typischerweise Studenten, am Computer Experimente spielen und dann entsprechende monetäre Anreize haben. Und ein paar dieser Spiele werden wir uns vom Dienstag anschauen. Und dazu will ich Ihnen vorab ein paar Infos geben, damit der Ablauf am Dienstag möglichst glatt läuft. Der monetäre Anreiz, den ich in jedem Spiel anbaue, dass am Ende des Spiels eine zufällige Person ausgelost wird, die einen prozentualen Anteil ihrer in diesem Spiel erspielten Gewinne ausgezahlt bekommt. Was ist der Hintergrund? Das können Sie ruhig wissen. Alternativ könnte ich auch einfach sagen, die Person, die den höchsten Gewinn erspielt, kriegt ihren Gewinn, kriegt einen Prozent davon ausgezahlt. Aber das setzt natürlich andere Anreize, denn wenn man, wir werden Spiele spielen, die über mehrere Runden wiederholt sind und wenn sie nach fünf Runden schon merken, dass sie ziemlich wenig nur erspielt haben, dann haben sie gar keinen Anreiz mehr die restlichen Runden rational zu spielen. Aber wenn jeder die Chance hat, am Ende einen Teil seines erspielten Gewinns zu erhalten, dann hat man auch in den restlichen Runden noch einen Anreiz, ein bisschen mehr dazu zu gewinnen. Das ist der Hintergrund. Und damit es mir leichter wird, im Nachhinein zu identifizieren, wer gewonnen hat, würde ich Sie bitten, sich bei der Seite, wenn Sie sich einloggen, Sie können da frei Ihren Namen wählen, Ihren echten Namen anzugeben. Keine Angst, während der Experimente, während der Spiele sehe nur ich die echten Namen, ich als Admin. Sie selber sehen die Namen Ihrer Mitspieler sowieso nie. Es ist immer komplett anonym. Aber wie gesagt, das macht es mir einfacher, die Gewinner zu identifizieren. Ja, dann zeige ich Ihnen jetzt mal gleich die Seite. Wir werden WeconLab benutzen. Das ist eine Internetseite, auf der ganz viele verschiedene ökonomische Experimente implementiert sind. Das ist ganz toll für mich, weil ich dann nichts programmieren muss, sondern einfach nur die vorhandenen Experimente benutzen kann und auch eigene Parameter einstellen kann. Der Link, den Sie jetzt sehen, das ist der Link für Sie zum Login. Und zwar, auch wenn Sie während des Spiels aus irgendwelchen Gründen auch immer aus dem System rausgeschmissen werden, dann können Sie Ihren Login wieder benutzen, um sich da einzuloggen. Das ist kein Problem, wenn Sie mal rausfliegen oder wenn Ihr Laptop zum Beispiel, wenn Sie kein Akku mehr haben und der Laptop fährt runter, was auch immer. da können Sie sich wieder einloggen. Ich zeige Ihnen das mal, wie die Seite aussieht. So sieht das aus. So ist die Login-Seite. Sie haben hier oben einen Button, das ist der reguläre Login-Button, wenn Sie sich in ein Spiel einloggen. und das hier unten ist der sogenannte Emergency-Restart-Button, wenn Sie aus dem Experiment rausgefunden sind und sich wieder einloggen möchten. Also, das ist schön übersichtlich. Sie merken, das ist alles auf Englisch. Das ist für uns natürlich der große potenzielle Nachteil. Deswegen habe ich Ihnen jetzt die Anleitung zu den Spielen, die wir spielen, werden auch alle auf Deutsch aufbereitet, auf den Folien, damit es da keine Verwirrungen gibt. Ja, klar, das ist von einem US-amerikanischen Ökonomen und natürlich hat er keinen Anreiz, die Seite auf Deutsch einzurichten. Ist trotzdem toll und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das aussieht, wenn wir hier ein Login haben. Sie brauchen einen Session-Name, also das ist der Name, unter dem ich das Spiel anlegen werde und den gebe ich Ihnen dann rechtzeitig am Dienstag im Moodle-Forum das Testspiel, das ich hier angelegt habe, das heißt ÖAR und zwar Ö-M-Ö-E geschrieben 7, das gebe ich einfach mal ein und dann werde ich gebeten, Namen einzugeben. Ich halte mich mal nicht an meine eigene Regel, sondern gebe diesen Namen ein, mein eigenes Passwort Ver... Entschuldigung, vergebe ich mal nicht und dann kreiert mir das System eine ID-Nummer und ein Passwort und das hier sollten Sie sich am besten aufschreiben, damit können Sie sich dann wieder einloggen, falls Sie rausfliegen und genau, das ist der Login an sich und dann kommen Sie mit dem Klick auf den Button schon auf die erste Seite der Spielanweisungen, der Instructions, Sie sehen es relativ viel, das soll uns mal jetzt egal sein für diese Vorführung, das ist noch ein kleiner Test, ein Verständnistest, ob Sie es verstanden haben, das Spiel und dann kann ich sagen, ja, finished, dann kann ich sagen, begin round one. Okay, und dann je nach Spiel sieht das Spiel dann anders aus, das sehen Sie dann am Dienstag, wir werden relativ simple Spiele spielen, das werden Sie sehen, zurück zu den Folien, ich sage es noch mal, falls es Probleme gibt, können Sie sich auf der gleichen Seite wieder einloggen, habe ich Ihnen hier verlinkt zur Sicherheit, also es lohnt sich auf jeden Fall die Folien, den Foliensatz, den PowerPoint-Foliensatz offen zu haben, während Sie spielen, damit Sie eben schnell die Links parat haben, allgemeine Fragen, die Sie vorab vielleicht noch haben zu den Experimenten, können Sie gerne in dem entsprechenden Diskussionsfaden auf dem Moodle-Forum stellen, den ich schon angelegt habe und während der Experimente, falls da Probleme auftreten, können Sie auch im Live-Chat in Moodle Fragen stellen, den habe ich eingerichtet, in der Beschreibung des Live-Chats dieses Moduls steht drin, dass es für bis zu maximal sechs parallele Teilnehmer eingerichtet ist und dass es bei signifikant höheren Anzahl von gleichzeitigen Leuten im Chat stark verlangsamt wird, weil die Server-Kapazität so niedrig ist, deswegen würde ich Sie bitten, den Live-Chat nur öffnen, wenn Sie tatsächlich eine Frage haben und sobald Sie Ihre Frage beantwortet haben, machen Sie ihn wieder zu. Das führt dann zwar dazu, dass eventuell ich diese Frage mehrfach beantworten muss, aber das ist auf jeden Fall Ihre Möglichkeit, während der Experimente, falls Sie Fragen haben, Verständnisfragen, Rückfragen, Potential-Probleme, mich direkt zu kontaktieren. Ich bin die ganze Zeit im Live-Chat. Zum Ablauf der Sitzung ich würde Sie bitten, Sie an diese Zeiten zu halten. Sie haben ja per Definition von 12 bis 13.30 Uhr Zeit. Wir machen drei Spiele und zwar um 12 Uhr das Gefangene-Dilemma, um 12.30 Uhr fangen wir an mit einem Signaling-Game und um 13 Uhr fangen wir an mit einem sogenannten Lidl-Dispute-Game. Halten Sie sich an diese Zeiten, und was mache ich und fragen Sie sich jetzt vielleicht, was mache ich dazwischen, wenn ich viel schneller fertig bin mit meinem zugeteilten Partner? Kein Problem. Machen Sie sich auf jeden Fall Notizen zwischen den Spielen, denn das ist, das vergisst man typischerweise sehr schnell. Machen Sie sich Notizen, warum habe ich welche Strategie gespielt? Das waren meine Überlegungen, wenn Sie vielleicht überlegte Überlegungen gehabt haben, muss ja nicht unbedingt sein, wie, was haben Sie beobachtet, wie Ihr Gegenüber reagiert hat, wie interpretieren Sie das und wie haben sich Ihre und die Strategien Ihres Gegners oder Ihres Mitspielers im Zeitverlauf geändert? Haben Sie da irgendeinen Trend beobachtet? Und nachdem alle drei Spiele fertig sind, bitte ich Sie noch festzuhalten in Notizen, was Sie denn glauben, was der Bezug ist von jedem Experiment zu den Vorlesungsinhalten. Jetzt stelle ich Ihnen kurz die drei Spiele vor, konkret, die wir spielen werden und zwar das erste, Gefangenen-Glemma, kennen Sie an sich schon, es ist ein Zwei-Personen-Spieler, ein simultanes Gefangenen-Glemma, also beide Spieler wählen ihre Strategie und erst wenn beide Spieler verdeckt und dann werden die Payoffs aufgedeckt. Sie spielen wiederholt und zwar mit der gleichen am Anfang zufällig zugeteilten Person. Okay, ganz wichtig. Wobei ich es ich glaube, ich habe es so eingestellt, sie spielen zwar wiederholt, aber sie wissen nicht genau, wie viele Runden sie spielen werden. Das ist einfach nur damit, um zu vermeiden, dass in der letzten Runde alle unkooperativ spielen, defektiv spielen. Konkret in jeder Runde wählen beide Spieler für den jeweils anderen nicht sichtbar ihre Strategie, sobald beide Spieler ihre Strategie gewählt haben, werden die realisierten Auszahlungen angezeigt. Sie sehen natürlich auf dem Bildschirm die Matrix, die Auszahlungsmatrix, also die ganze. Hier steht es, sie wissen nicht, wie viele Runden sie spielen, sie sehen nicht den Namen der anderen Person, das gilt für alle Spiele, wir wollen das möglichst anonym halten, um eventuelle Rachezüge außerhalb der Experimente auszuschließen. In diesem Spiel beginnen sie mit einer Startausstattung von 0, das ist alles in Dollar, leider kann ich die Währung nicht ändern auf der Seite. Genau, und darauf aufbauend, nach jeder Runde wird ihnen der Gewinn aus der Runde gutgeschrieben beziehungsweise Verluste abgezogen und am Ende des Spiels wie gesagt werde ich einen Teilnehmer auslosen, der dann einen Prozentersatz seiner erspielten Gewinne ausgezahlt bekommt. Das zweite Spiel ist das hier, das Signaling Game und zwar handelt es sich hierbei um ein sequentielles Zwei-Personen-Spiel, Sie merken den Unterschied, es ist jetzt ein sequentielles Spiel das heißt, eine spielt zuerst und dann der andere und dann gibt es die Pairbs. Wieder gilt das Spiel wiederholen und zwar wieder mit einer zuverlässig zugesagten Person, eine andere Person als im Gefangenen-Dilemma, aber dann wieder für den Rest des Spiels mit der gleichen Person. Wie läuft das Spiel ab? Am Anfang jeder Runde zieht eine Person, der sogenannte Proposer, verdeckt eine von zwei Karten, also virtuell natürlich, Sie ziehen nicht wirklich eine Karte, sondern es wird Ihnen einfach ausgelost, was Sie gezogen haben und zwar müssen Sie sich vorstellen, Sie haben ein Kartendeck mit genau zwei Karten, Ace und King und Sie mischen quasi und ziehen die oberste davon. Das heißt, mit Wahrscheinlichkeit 50% ziehen Sie A's, mit Wahrscheinlichkeit 95% ziehen Sie King. Das sagt Ihnen die Seite einfach was. Wenn Sie der Proposer sind, sagt Ihnen das Programm am Anfang einer Spielrunde, welche Karte Sie gezogen haben. Was ist der Unterschied? Naja, welche Karte realisiert wird, bestimmt, welche Auszahlungsmatrix gültig ist. Der Proposer entscheidet sich, nachdem man das gesehen hat, für eine von zwei Handlungen, nämlich entweder Raise oder Fold. Vielleicht kennen Sie die Begriffe aus dem Poker. Raise heißt, man spielt weiter, Fold heißt, man hört auf. Und der andere Spieler, der sogenannte Responder, sieht diese Entscheidung, aber noch nicht die Karte, die gezogen wurde. Das ist ganz wichtig, der Proposer zieht verdeckt die Karte und der Responder sieht nur diese Entscheidung des Proposers, Raise oder Fold, und entscheidet sich seinerseits für Call oder Fold. Nämlich Call heißt, er spielt mit und Fold heißt, er gibt auch auf. Und der Unterschied in den Auszahlungsmatrizen ist natürlich, dass wenn der Proposer Ace gezogen hat und beide wollen spielen, dann gewinnt der Proposer. Wenn der Proposer King gezogen hat und beide entscheidend ist zu spielen, gewinnt der Responder. Das sehen Sie dann in den Auszahlungsmatrizen. Und genau, die Auszahlung gemäß der gültigen Auszahlungsmatrix wird realisiert. Am Anfang der ersten Runde beginnen beide Spieler mit einer Anfangsausstattung von 6 Dollar. und genau, die Gewinne aus jeder Runde werden dann dieser Anfangsausstattung gutgeschrieben und wieder gilt, das, was Sie am Ende erspielt haben, da haben Sie die Chance, dass ich sie auslose und dass Sie einen Prozentsatz dieser erspielten Summe ausgezahlt bekommen. So, das dritte Spiel, sorry, Folien sind irgendwie nicht geordnet, ist ein sogenanntes Legal Dispute Game, ist natürlich besonders schöne Anwendung für ökonomische Anwände des Rechts. Die Beschreibung hier ist relativ lang, aber wenn Sie das Spiel einmal verstanden haben, ist es ein sehr leichtes Spiel. Wir spielen quasi Kläger und Angeklagter. Einem Spieler wird die Rolle des Vorab, es ist wieder ein sequentielles Zwei-Personen-Spiel, Sie spielen wieder mit einer zufällig zugetaten Person und wiederholt mit dieser gleichen Person, aber es ist nicht unbedingt die gleiche Person wie beim Signaling Game oder beim Grand Glamour. Es ist wieder ein sequentielles Spiel, Sie wissen nicht, wie viele Runden Sie spielen, Sie sehen wieder nicht den Namen der Person. Okay? Als Standard. So, einem Spieler wird die Rolle des Klägers zugeteilt, der sogenannte Plaintiff. Der andere Spieler ist der Beklagte, der sogenannte Defendant. Okay? Soweit, so gut. Dem Kläger ist am Anfang der Runde ein Schaden von 40 Dollar entstanden und er verlangt vom Beklagten eine Schadensersatzzahlung zwischen 0 und 140 Dollar. Okay? Das ist quasi die erste Entscheidung des Plaintiffs. Okay? Er wählt eine Summe zwischen 0 und 140 Dollar, die er als Schadensersatzz verlangt vom Beklagten und Sie sehen hier schon, dass es ein sequentielles Spiel ist. Also erst die eine Entscheidung, dann die andere. In der zweiten Entscheidung, der Beklagte kann entweder darauf eingehen und die Schadensersatzzahlung von seinem eigenen Geld bezahlen oder ein Gegenangebot einreichen und zwar das Gegenangebot muss natürlich unter der ursprünglich verlangten Summe liegen. Klar. Okay? Im dritten Schritt kann der Kläger darauf hin, falls ein Gegenangebot eingereicht wurde, entweder das Gegenangebot annehmen oder ablehnen. Wenn er es annimmt, klar, kriegt er das Gegenangebot ausgezahlt. Wenn er es ablehnt, gibt es eine Gerichtsverhandlung und wie es in der Realität auch so ist, ist der Ausgang einer Gerichtsverhandlung in der Regel unsicher. Wie wird das hier modelliert? Für jede Seite wird ein zehnseitiger Würfel geworfen. Und wenn das Würfelergebnis des Klägers strikt größer ist als das des Beklagten, gewinnt er. Okay? Das heißt, wenn der Kläger eine drei würfelt und der Beklagte eine zwei, gewinnt der Kläger. Und erhält die ursprünglich verlangte Schadenszahlung, die aus der ersten Stufe hier. Wenn das Würfelergebnis des Klägers aber nicht strikt größer ist, also kleiner oder gleich dem Würfelergebnis des Beklagten, dann muss der Beklagte gar nichts zahlen und der Kläger bleibt auf seinem Schaden von 40 Dollar sitzen. Das ist natürlich mit Kosten ganz wichtig. Hier ist noch quasi so eine kleine Informationssache eingebaut, nämlich der Beklagte kennt seine Gewinnchance vor Gericht schon bevor er auf die erste Schadensersatzzahlung reagiert. Also wir nehmen an, der Beklagte weiß hier an dieser Stelle, bevor er schon sein Gegenangebot einreicht, weiß er schon wie seine Chance vor Gericht sein wird. Das sieht dann so aus, dass er schon sein Würfelergebnis weiß. Warum macht das Sinn, das anzunehmen? Der Beklagte, wenn er an einem Schaden beteiligt war, weiß der Beklagte ja selber wie fahrlässig er war und deswegen nebenan kann er seine Chancen vor Gericht besser einschätzen. Das ist das, was dahinter steckt. Das heißt, an dieser Stelle hier wird der Spieler, der die Rolle des Beklagten hat, des Defendants, schon sein Würfelergebnis wissen und weiß dann eben auch schon die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnen wird. Wenn hier an dieser Stelle der Beklagte schon eine Zweig würfelt hat, heißt das ja, dass der Kläger entweder einen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 würfeln muss, um zu gewinnen. Das heißt, der Kläger hat eine 80%ige Chance, vor Gericht zu gewinnen, wenn der Fall vor Gericht geht. Das ist die Informationseinschränkung, die hier eingebaut ist. Dann nehmen wir noch an, es gibt Gerichtskosten von 20 Dollar und zwar müssen die von der Seite getragen werden, die das Gerichtsverfahren verliert. Das kann man auch unterschiedlich regeln, aber hier würde ich in Anlehnung an das deutsche Recht machen. Man kann es auch so spielen, dass immer der Kläger bezahlt, aber ich würde es so machen. Und unabhängig von den Ergebnissen in jeder Runde erhält jeder Spieler pro Runde eine fixe Zahlung und zwar 60 für den Kläger und 20 für den Beklagten. Warum ist das unterschiedlich? Naja, dem Kläger entsteht ja immer der Schaden von 40 und deswegen kriegt er auch ein höheres Taschengeld oder einen höheren Lohn und der Beklagte dem entsteht ja nicht standardmäßig ein Schaden und deswegen kommt er mit einer kleineren Taschengeldzahlung aus. Und wieder wird es so sein, dass am Ende des Spiels ein Spieler zufällig ausgelost wird, der einen Prozentsatz seiner erspielten Gewinne in diesem Spiel ausgezahlt bekommt. Das waren die drei Spiele. Jetzt gehen wir über zur Vorlesung im nächsten Video.